so und dann hier und ich habe auch ganz klar also ich muss ich gucken dass ich das wieder mitmacht und so dass ich es langweilig kopiert hat zuvor überhaupt nichts passiert als die Zettel mit Bagi Bagi okay dann nicht und eben nicht das kann ich jetzt so zum das kann ich jetzt mal hier Navi ich bin immer verpasst was man demnächst kurzer man verspricht dagegen abzuklappern ja das ist hier ganz ungefährlich ganz ehrlich wir fahren vorbei die sind sowieso alle abgeregelt ich ja die Server können ein bisschen teuer naja scheiß auf man verdient hier ja auch richtig viel ich will im richtigen Job ja gut was die denn für zwei die sind SF in der Stadt ich glaube da kann von der Farm von der Farm weil da stehen auch so schwarze ja im Transporter so ich würde mal sagen wir machen jetzt gleich den Sprung auf dem Flughafen weil ich lustig finde was das sind was hat das Telefonzellen ganz ehrlich, wer steht da für die Telefonzellen man ist in Notrufkisten das könnte ich hier nur verstehen ja aber die Telefonzelle war ganz ehrlich naja alles gut ich bin eben der Ober-Wabo auf jeden Fall so was wird ist die denn ist die in Elf von nee die sind SF gut schon darüber es kommen viel weniger neue Spieler drauf als ja früher sag ich mal damals da kam noch viele Spieler ähm ich meine als ja ich sag mal vor meiner Headset-Pause vor äh bevor das so begeckt worden ist also das ist ja echt alle fünf Minuten so ne bing wir begrüße jetzt zu unserem Spieler Meldung gekommen aber jetzt irgendwie nicht mehr so ne weil das ist echt die erste dich erzähl soweit ich mich daran erinnern kann vielleicht hab ich irgendwas nicht gesehen oder es ist halt die erste wo ich jetzt daran denke aber kommt mir jeden Fall zuvor hm komisch 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 wer weiß wer weiß wer weiß links und der hoch so wir können auch mal gleich gucken ob wir den nächsten Schein machen können scheiße scheiße das ist ne Base okay so so ich werde jetzt aber erstmal ja das Video beenden weil ganz ehrlich es ist nicht sonderlich spannend was ich gerade mache einfach damit ihr jetzt wisst okay das ging ab jetzt habt ihr Videos für ein paar Tage ja hoffe es hat euch trotzdem gefallen bis zum nächsten Mal wieder bis dann und ciao